Bitte hören Sie sich diese CD nicht an, wenn Sie sich in einer Situation befinden, in der Sie Ihre volle Aufmerksamkeit benötigen, zum Beispiel beim Autofahren. Da meiner Erfahrung nach das Unterbewusstsein auf ein persönliches Du besser reagiert, werde ich Sie während der Anwendung mit einem respektvollen Du anreden. Hypnose ist ein vollkommen natürlicher Zustand, den Sie mehrmals täglich erreichen. Ein gutes Beispiel für den Zustand der Hypnose ist, im Moment kurz vor dem Einschlafen und kurz vor dem Aufwachen. Der Körper befindet sich in einer Art Tiefschlaf, der Geist ist jedoch hoch aufnahmefähig und aufmerksam auf das, was ihm in diesem Moment gesagt wird. Sie sind in Hypnose zu jeder Zeit bei vollem Bewusstsein und bekommen zu jeder Zeit alles mit. Hypnose ist kein Schlaf, sondern ein nach innen gerichteter Zustand mit einer entspannenden Wirkung. Übrigens können die meisten Menschen den Zustand von Hypnose nicht spüren. Auch wenn die Hypnose ein wunderbar entspannender Zustand ist, ist er dennoch vollkommen unspektakulär. Die meisten Menschen überschätzen den Zustand der Hypnose, aber unterschätzen deren Wirkung. Bitte setzen oder legen Sie sich jetzt ganz bequem hin und schließen Sie Ihre Augen. Stelle dir nun bitte einen Kippschalter vor. Er darf genau so aussehen, wie du ihn dir vorstellst. Vielleicht ist er viereckig oder aber auch es ist ein gewöhnlicher Kippschalter, so wie du es kennst. Lege diesen Kippschalter bitte nun vor deinem geistigen Auge auf deinen linken Fuß und wenn ich gleich bis 3 zähle, dann legst du den Schalter bei der Zahl 3 auf Aus und schaltest somit deinen linken Fuß bis zum Fußknöchel einfach ab. Wenn du das getan hast, entspannen sich die Muskeln in deinem linken Fuß vollkommen. 1 2 3 3 Jetzt Sehr gut! Bei manchen Menschen kann es sein, dass sich der linke Fuß dann etwas anders anfühlt als der rechte Fuß, aber eben nur bei manchen. Lege den Kippschalter bitte nun auf deinen rechten Fuß und so, wie du es gerade getan hast, schaltest du den Fuß bei der Zahl 3 einfach ab, dadurch, dass du den Kippschalter wieder auf Aus stellst. 1 2 3 3 Jetzt Du singst noch tiefer in eine angenehme Entspannung. Je tiefer du entspannst, umso wohler fühlst du dich und je wohler du dich fühlst, umso tiefer kannst du entspannen. Lege bitte nun diesen Schalter vor deinem geistigen Auge auf dein linkes Schienbein und schalte auch dieses von Fußknöchel bis zum Knie bei der Zahl 3 einfach aus, so dass die Muskulatur sich in der linken Wade vollkommen entspannt. 1 2 3 Jetzt Sehr gut. Lege den Schalter jetzt auf dein rechtes Schienbein und schalte dein rechtes Schienbein bei der Zahl 3 einfach ab, so, wie du es bereits kennst, so dass sich auch die rechte Wade vollkommen entspannt. 1 2 3 Jetzt Lege den Schalter bitte nun auf deinen linken Oberschenkel und schalte auch diesen bei der Zahl 3 einfach ab. 1 2 2 3 Jetzt Jetzt Lege den Schalter bitte auf deinen rechten Oberschenkel und schalte auch deinen rechten Oberschenkel bei der Zahl 3 einfach ab. 1 2 3 Jetzt 2 3 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 11 12 11 12 14 15 15 15 15 16 17 17 17 18 17 18 19 19 20 20 18 20 30 18 19 20 21 21 22 Du lässt jetzt zu jeder Zeit nur gute Gefühle zu. Lege den Schalter nun auf deine rechte Schulter und schalte bei der Zahl 3 auch deine rechte Schulter und deinen rechten Arm bis hinunter zu deiner Hand ab. Eins, zwei, drei, jetzt. Ich möchte nun einen Teil deines Unterbewusstseins darauf aufmerksam machen, dass es zwei Arten von Entspannung gibt. Die eine Art der Entspannung ist die körperliche Entspannung und die andere Art der Entspannung ist die geistige Entspannung. Und während du nun körperlich entspannt bist, möchtest du jetzt auch geistig entspannen, so dass meine Worte und Botschaften noch intensiver und tiefer positiv auf deine Gefühle und dein Unbewusstes wirken können. So, dass etwas, von dem du dachtest, es sei schwer, nun völlig einfach für dich sein kann. Dazu legst du den Schalter bitte jetzt vor deinem geistigen Auge auf deine Stirn und schaltest deine Stirn bei der Zahl 3 nicht vorher. Einfach ab, so wie du es bereits mit den Beinen und Armen getan hast. 1, 2, 3, jetzt. Du bist völlig entspannt und gelassen. Immer wohler und wohler fühlst du dich mit jedem meiner Worte. Du lässt jetzt nur positive und gute Gefühle für dich zu. Du bist nun so tief entspannt, so aufmerksam auf das, was ich sage, so dass alles, was ich dir sage, ganz tief in dein Unterbewusstsein sinken wird und sich dort positiv auf dein Denken, fühlen und handeln auswirken wird. Und weil meine Worte haften bleiben, gut eingebettet in deinem Unterbewusstsein, auch wenn diese Hypnose beendet ist, wenn du meinen Worten nicht mehr zuhörst, werden meine Worte weiterhin positiv in dir wirken, und den selben positiven Einfluss auf dich ausüben, auch wenn die Hypnose dann beendet ist. Du wirst ab jetzt viel mehr frische und natürliche Nahrung bevorzugen und viel weniger leicht ein Verlangen nach dem spüren, was du bisher gerne gegessen hast, du aber weißt, dass es Menschen dick macht. Du wirst ab sofort dein Bewusstsein auf neue und viel gesündere Ess- und Lebensgewohnheiten richten und dadurch beim Einkaufen von Nahrungsmitteln immer mehr und mehr frische und natürliche Nahrungsmittel wählen. Weil du dein Optimalgewicht erreichen möchtest, wird es dein Unterbewusstsein mit deinem Einverständnis erlauben und umsetzen, dass du am Abend ein leichtes Hungergefühl anstrebst und es als angenehm empfindest, aber nur so lange, bis du dein optimales und natürliches Körpergewicht erreicht hast, nicht darüber hinaus. Als Getränk bevorzugst du ab sofort frisches und klares Wasser, und viel weniger leicht alles andere, von dem du weißt, dass es zuckerhaltig ist. Alles, was ich sagte, ist tief und fest von deinem Unterbewusstsein aufgenommen und wird sich dann auch positiv auf dich und deine Handlungen auswirken, wenn du meiner Stimme nicht mehr zuhörst, weil es deinem Wunsch entspricht. Und ich zähle gleich von 1 bis 5. Bei der 5 angekommen öffnest du deine Augen und bist wieder vollkommen zurück im Hier und Jetzt. Bei der 5 angekommen öffnest du deine Augen und bist wieder zurück im Hier und Jetzt. 1. Dein Körper füllt sich mit Energie. Mit jedem Atemzug wirst du wacher und wacher und fühlst dich stärker und stärker. 2. Alles, was ich sagte und was gut für dich ist, wird sich auch nach dieser Hypnose positiv auf dein Denken, Handeln und Fühlen auswirken. 3. Dein Körper füllt sich mit Energie. Du wirst immer wacher und wacher. 4. Mache dich bereit, deine Augen zu öffnen. 5. Augen auf. Du bist hellwach, voller Stärke, Kraft und Energie. Du bist hellwach, voller Stärke, Kraft und Energie. Du fühlst dich vollkommen wohl. mm hoch, voller Stärke. Untertitelung des ZDF, 2020